Und ein herzliches Willkommen in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Gut, wir haben was Neues gelernt. Ton passt, glaube ich. Ich glaube, ich werde mal die Zauber ein bisschen ordnen müssen. Das neue Aufnahmesession für mich. Ich nehme jetzt ja öfters mal unter der Woche auf. Deswegen ist das hier mal ein bisschen durcheinander. So, hier muss ich nichts machen. Wir haben keinen Punkt, aber gleich. Mein Husten sagt auch Hallo. Okay, ja, die neuen Nachrichten. So, ähm... Triff dich... jetzt... Nati. Ja, mach ich mal. Äh, kurz schauen. Ich muss hier noch die Pflanzen... ...alle gleichzeitig einsetzen. Gehe ich jetzt ganz kurz einkaufen? Wage ich es einzukaufen? Ah, ich sollte vorher... Ah, jetzt ist das hier... Ah, das ist das da oben. Da gehen wir ganz kurz hin. Weil ich brauche... Weil ich brauche... ...ein bisschen... ...Nachschub von Kohlköpfen. Das brauche ich hier nicht, aber... Ist hier vielleicht was? Ist hier vielleicht noch was? Nö. Hier. Hier. Bin ich sogar ein bisschen näher dran, ne? Okay, ein paar Kohlköpfe. Das ist... Ja, auch. Nee. Ich wollte das daneben. Alraunen. Hier. Werde ich noch ein... ...braun? Ich sollte ja auch Flussgras... ...herstellen. Bin ich wieder voll? Einfach ein bisschen braun hier. Bin ja voll. Geht nicht. Habe ich nicht. Ja, komm. Einfach, dass ich... ...ein bisschen was habe. Okay. Okay. Bin ich voll. Ich lasse die Frösche noch frei, oder? Muss ich hier noch irgendwas machen? Protego! Nee. Äh. Wie lasse ich die noch mal frei? Wo habe ich die denn? Inventar? Freilassen. Das ist ein weiblicher. Nee. So freilassen meine ich nicht. Oh Gott, jetzt habe ich das wieder vergessen. Ach, hier. Das ist ein männlicher. Das ist ein weiblicher. Okay. Das sind alles weibliche Frösche. Okay. Ach so, ich kann nur... ...aktive Tierwesen. Fünf von zwölf. Ich kann nur vier Arten. Ruhig. Ich tue dir nichts. Das heißt, ich kann hier auch mehrere. Nee. Okay. Das... Okay. Zurück hinter... Jetzt ist alles gut. Hm. Okay. Dass ich von jeder Tierart zwei habe. Männlich, weiblich. Hm. Vorerst reicht das. Die anderen kann ich ja verkaufen. Na? Kleiner. Wart mal. Hier kriegst du ein bisschen Futter. Kriegst auch ein bisschen Futter. Kriegst auch ein bisschen Futter. Okay. Wo sind die anderen? Da bist du. Ist auch schön gestreichelt. Da fällen ja noch ein paar. Da drüben. Komm her. So, wo ist der Vogel jetzt? Da. Okay. Bist du jetzt gleich fertig? So. Okay. Hm, hm. Ist das da vorne in der Höhle? Kann ich da rein? Lol. Hier ist sogar was. Interessant. Hätte mich früher hier umschauen sollen. Okay. Ja, die Steine hier brauche ich eigentlich nicht, glaube ich. Wieso kann ich nur vier Arten hier halten? Cool wäre es, wenn man hier jetzt alles sammeln könnte. Da oben geht es auch irgendwo hin? Kann ich hier fliegen? Nein. Nicht mal mit dem Hippo greif. Hm. Ja, easy. Wo geht es denn hier lang? Da ist eine Kiste. Protego. Ja, Protego. Gut, das war's. Oh, hier sind auch Zutaten. Oh. Interessant. Der Raum der Wünsche. Ist schon faszinierend. Okay. Okay. Gut, hier ist zufälligerweise nichts, oder? Okay, wo muss ich lang? Da draußen. Ah, hier habe ich sogar einen Schnellreisepunkt. Da reiße ich gleich mal hin. Und. Ah, das sind die Drachen. Schön. Äh, hier müsste... Ich stehe genau drauf. Hi. Du bist hier. Gut. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Dann let's go. Oh. Wieso musste er diesen schrecklichen Mann reizen? Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickel. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh. Tut mir leid, Mrs. Bickel. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow sein Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen. Falls er wiederkommt. Kein Problem mache ich. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickel. Ja, sicher. Was tue ich nur? Das sieht aber irgendwie gespielt aus. Das liegt wahrscheinlich nur an der Animation, dass das so aussieht. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickel. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zurück zu bringen. Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Hm. Okay, nee. Ah, verkaufen. Verkaufen. Kaufe ich auch, oder? Kaufe ich auch. Hm. Gut. Jetzt habe ich fast genug für so einen Tisch, ne? So, dann hol mal kurz den Jungen. Was wollt ihr denn? Autsch. Ist halt weh. Was ist das? Hm? War's das? Okay. Danke, dass du mir nicht geholfen hast. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Ist da was? Schade, dass wir über die Licht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Hm. Wir brauchen noch mehr. Ist das ein Versteck? Da war ich ja schon mal. Was muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bicke erwähnt hat? 44, gell? Archie? Archie Bicke? So was hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Reveglio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Reveglio? Da! Archies Fußabdrücke. Er ist hier lang. Ah. Seine Fußabdrücke. Das sind nur ein paar Meter. Ich bin schon weitergelaufen. Da vorne. Hm. Das sind aber seltsame Spuren. Balfa. Mach dich kampfbereit. Wo? Fremdung. 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 ja wer weiß hier sind die spuren noch was ist das dann seine tasche hat die tasche woher weißt du dass sie zurück er war bestimmt auf der flucht vor halo und abgelenkt hier könnte sich revilio wieder lohnen hier lang ach so ich hab das jetzt zweimal eingesetzt okay ich habe kein gutes gefühl dabei hallo verfolgt bitte töte uns nicht gesehen hat hoffentlich nicht wie hallo seinen vater getötet hat davon würde er sich nie erholen hier scheint aber auch nichts zu sein sehr viele hirsche sind hier vielleicht sind sie der täter da vorne ist was ja wahrscheinlich genau da oder okay aber müssen die verschiedenen fußspuren ja nicht eigentlich beim versteck auch sein nein das war jetzt gut das hole ich mir auch da die sind sicher was wert das hole ich mir auch tut mir leid dass du in dem jungen alter so etwas erleben musstest ich war bei meinem vater als er starb meine mutter war nicht da ich fühlte mich so hilflich es ist schon lange her aber mir scheint es als wäre es erst gestern gewesen ich sehe ihn noch so klar vor mir da fehlt dir sicher also wie viele sind denn hier davon sind die nicht selten ja da unten im dorf wahrscheinlich und da ist noch so ein Vieh du gehörst mir wieder Sullivan hab dich aha aha oh das sind gegner ne je okay dudes äh wenn das so ist ich verstehe weil ich mich jetzt verstecke verstehst du mich ja ist mir schon klar ok so ich habe falsch ich bin jetzt kurz im stress richtig spaß und in Alter, ich war jetzt gerade so dermaßen neben der Spur. Alter. Okay. Ich, äh, ja, es, die Einstellung passt mir nicht. Das heißt, nein, äh, das wollte ich nicht. Hier. Hier brauche ich mindestens das. Dann habe ich hier mal kurz eine grobe Übersicht. Hier könnte ich noch das reinpacken. Habe ich hier auch eine Attacke drin. Und noch mehrere Dinge. Gut. Weil dann kann ich wechseln. Das muss ich mir halt angewöhnen, aber... Okay. Hm, wieso sind die Mauern hier farbig? Ich hätte ja auch meine... Ich hätte ja auch meine Viechis einsetzen können. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Ja. Das macht alles etwas komplizierter. Ach was. Ja. Wo seid ihr? Da ist einer. Einer ist keiner. Und zwei sind zu viel. Ah, zwei. Oh. Oh. Okay. Aber hier unter mir ist keiner. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Hm, hm, hm. Das heißt, ich müsste hier ein bisschen was einsetzen. Okay. Ich habe das, das, das. Okay. Aber das kriegen wir hin. Reveglio. Dahinter ist was. Ich will das aber so gut wie möglich lautlos regeln. Da drüben ist auch nichts. Da ist einer. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Natürlich. Wieso rennt er sonst weg? Hier ist noch ein Kind. Lassen wir ihn frei. So was könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hallo, Eckart. Ich bin total. Wenn er zurück ist. Schaffe ich das? Okay. Ich bin zu gut. Um gestoppt zu werden. Ach Gott. Die sind beide da lang. Was hat er denn? Reveglio. Okay. Entweder ich lasse mich direkt auf einen Kampf ein. Was ist hier noch was? Ja, das. Das hole ich mir. Ist da unten. Komme ich da wieder hoch? Ist da was? Scheint nichts zu sein. Okay. Kann ich hier irgendwo anders hin auch? Hier? Ne. Okay. Alter. Ich habe mich ganz kurz erschrocken. Also, ich kann hier auch hoch. Lol. Reveglio. Okay. Sorry für die... Das ganze Zeit. Reveglio. Das muss sein. Das Ding ist halt... Ich würde zwei, bevor ich kämpfe, gerne zwei ausschalten. Vor allem den starken. Was hat er? Vielleicht höre ich auch nur meinen Magen. Ist da jemand? Hörst du das? Was war das für ein Geräusch? Ich habe mich aus Totalusinn. So. Ach, das war ein schwerer Fehler. Befehl, Jo. Ist hier noch jemand? Ich habe euch alle vernichtet. Ja. Wo bist du? Ist hier noch was? Ich sehe hier... Da unten ist noch was. Da drüben. Ein bisschen Geld. Glaube ich. Ja. Vier. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Drüben ist nichts. Ich gehe kurz runter. Da ist noch eine Kiste. Ich habe die alle ausgeschaltet. Okay. Nö. Ich bin niemand. Äh, du schießt mich? Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Alohomora. Okay. Okay. Perfekt. Ich bin ich jetzt. Der Mann heißt Halo. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke. Für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Ich sehe nicht gruselig aus, oder? Wir erkennen einen sicheren Weg. Einen sicheren Weg? Alter, ich habe da alles ausgelüftet. Da ist nichts mehr. Okay. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Boah, ich dachte ganz kurz, mein Spiel ist wieder abgestützt. Hi, Mutti. Oh, Archie. Da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter. Oh, Mutter. Vater, Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Ja, sie hat jetzt fast ihren Sohn verloren und... Mr. und Mrs. Ray. Die Liebe, die sieht man richtig. Und Otto, haben sie auch erwähnt, glaube ich. Ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Er schaut sie nicht mal an. Also, ich würde bei einer Mutter denken, dass sie ihren Sohn umarmt oder so etwas. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr. Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Das mit ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank. Und danke, dass sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann ihnen beiden gar nicht genug danken. Kein Problem. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Hm. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Kein Problem. Ich bin hilfsbereit und klau gerne Dinge. Äh. Hier sind noch einige Sachen. Reveilion. Das. Da drüben, da drin ist was, oder? Hallo, Homura. Ja, ich klau da jetzt ein bisschen was, ne? Und da. Perfekt. Das sind schwere Schlösser hier, ne? Das ist ein bisschen Geld, ja. Ja, die gerechte Belohnung abholen, ne? Ist hier noch was? Da drüben sind noch Kisten. Hier drin ist nichts mehr, außer da. Da draußen ist noch was. Okay. Schönes Bild. Hi, Sir. Hier ist doch was, oder? Oder habe ich das jetzt übersehen? Achso, das war das hier. Okay. Ich glaube, das reicht. Ja. Nehme ich. Da. Vielleicht. Okay. Aha. Hier. Was haben wir denn hier? Bing. Ein Demigais. Demigais? Wo? Ach, tja. Reveilion. Noch was hier? Da oben. Ah, das Erspartes. Fünf. Okay, da sollte ich besser was zurückgeben, ne? Okay. Wir warten mal ganz kurz. Du gehörst mir, Demigais. Ja. Ja. Hallo. Ja, danke für das ganze Zeug da drin. Ja, kein Problem. So. Leute, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hau euch lieb. Danke.